Hallo, herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video gucken wir uns noch zwei Prozessdetails der Komponente Vertrieb an. Zum einen schauen wir uns an, wie man eigentlich damit umgeht, wenn Fehler gemacht wurden. Wir überlegen uns, warum bestimmte Belege nicht gelöscht werden können und was man stattdessen tun kann, nämlich ein Storno. Zum anderen zeige ich Ihnen auch noch den Prozess der Retourenverarbeitung. In S4HANA gibt es nämlich einen neuen vereinfachten Retourenprozess im Vergleich zum klassischen SAP ERP System und den spielen wir auch einmal an einem Beispiel durch. Lassen Sie uns starten. Fangen wir als erstes an mit dem Thema Storno. Wie Ihnen vielleicht aufgefallen ist, finden Sie in den ganzen Anwendungen, in den Apps, die wir bisher verwendet haben, nie irgendeinen Knopf zum Löschen. Machen wir das vielleicht mal ein Beispiel eines Stammdatums, nämlich der Geschäftspartner. Und ich suche hier jetzt den Geschäftspartner, den ich angelegt habe, dieses The Bike Zone. Das ist der Geschäftspartner The Bike Zone. Was ich jetzt hier machen kann, ich kann den bearbeiten, also ich kann die Daten dieses Geschäftspartners ändern. Was ich allerdings nicht tun kann, ist den Geschäftspartner zu löschen. Warum macht das Sinn? Das macht deshalb Sinn, weil dieser Geschäftspartner ja schon in bestimmten Prozessen verwendet wurde. Zu diesem Geschäftspartner sind zum Beispiel Angebote, Kundenaufträge, Rechnungen, Zahlungseingänge angelegt. Wenn ich jetzt diesen Geschäftspartner löschen würde, dann könnte ich im System diese Prozesse, die mit dem Geschäftspartner in Verbindung stehen, eben nicht mehr nachvollziehen. Aus diesem Grund ist das so, dass man Stamm- und Bewegungsdaten in ERP-Systemen quasi nicht löschen kann. Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel Geschäftspartner, die man wirklich jetzt nicht mehr im System benötigt, weil sie schon lange kein Kunde mehr sind, zum Beispiel, zu archivieren. Aber auch das führt nur dazu, dass die Datenmenge etwas reduziert wird, aber der Geschäftspartner wird nie ganz gelöscht. Ich habe das gerade schon gesagt, das Gleiche trifft natürlich auf fast alle Bewegungsdaten zu. Schauen wir uns das mal am Beispiel von einer Kundenanfrage an. Ich habe jetzt verschiedene Kundenfragen angelegt zum Demo einer Storno. Ich gehe jetzt in die erste Kundenanfrage. Ich gehe in den Änderungsmodus und hier gibt es tatsächlich im Menü unter Verkaufsbeleg die Möglichkeit zu löschen. Das mache ich jetzt mal. Ich bekomme die Nachfrage, ob gelöscht werden soll und bekommen aber sofort den Hinweis, dass dieser Beleg nicht gelöscht werden kann. Warum kann der nicht gelöscht werden? Schauen wir uns das mal an. Dazu öffnen wir uns diesen Beleg im Belegfluss. Zu dieser Anfrage, die ich mir gerade angeguckt habe, existiert hier schon ein Angebot. Das heißt, es gibt einen weiteren Beleg, der auf diesen ersten Beleg referenziert und deshalb kann ich diese Anfrage natürlich nicht löschen, ohne die Informationen im Angebot zu zerstören. Es wäre dann eben nicht mehr klar, auf welches Anfrage sich dieses Angebot bezieht. Das Ganze hätten wir auch hier schon erkennen können an dem Status. Der Status zeigt, dass da irgendwas passiert ist schon mit dieser Anfrage, deshalb kann die nicht mehr gelöscht werden. Hier gibt es noch eine weitere Anfrage. Wenn wir uns diese mal anschauen im Belegfluss, dann sehen wir, dass es darauf noch keine Referenz von irgendeinem anderen Beleg gibt. Tatsächlich ist es jetzt so, wenn wir diese Anfrage ändern wollen, dann können wir diese Anfrage jetzt löschen. Sie sehen, die Anfrage wurde gelöscht. Wenn wir jetzt zurücknavigieren und nochmal suchen, sehen Sie, hier in der Liste fehlt jetzt diese Anfrage, die wir gerade gelöscht haben. Wir sehen, löschen ist nur möglich, wenn es noch keine Referenz gibt. Insbesondere ist löschen auch immer dann nicht mehr möglich, wenn es irgendwie Buchungen im Finanzwesen gab. Löschen von einem Beleg, selbst wenn das möglich ist, macht auch nur in Ausnahmefällen Sinn. Zum Beispiel, wenn der Beleg fälschlicherweise angelegt wurde. Mit dem falschen Kunden zum Beispiel. Wenn der Kunde so eine Anfrage aber nicht annimmt und man will das irgendwie im SAP-SFRHANA-System darstellen, dann ist es besser, diesen Beleg in dieser Frage das Angebot oder die Anfrage nicht zu löschen, sondern stattdessen zu markieren, dass die abgesagt wurde. Dann verliert man eben nicht die Information, dass ein Kunde eine Anfrage erhalten hat und diese nicht angenommen hat. Das zeige ich Ihnen auch mal ganz kurz. Wir legen schnell noch eine Anfrage an. Ich nenne die Demo Storno 4. Es soll wieder um das Delectoring-Bike gehen in einer bestimmten Menge. Und jetzt sichern wir diese Anfrage. Wir haben jetzt hier also eine neue Anfrage und wir wollen jetzt darstellen, dass der Kunde diese Anfrage nicht angenommen hat, dass daraus kein Angebot erstellt wurde. Dann können wir das so machen, dass wir jetzt sagen, wir sagen die Positionen ab. Wir können hier einen Absagegrund hinterlegen, zum Beispiel, dass das Produkt zu teuer war. Und dann ist jetzt eine Änderung erfolgt. Der Status dieser Anfrage ist erledigt. Also die Prozessbearbeitung ist zu Ende. Wenn wir uns die jetzt aber im Detail angucken, können wir uns die Position ansehen und sehen eben hier auf der Position, dass es einen Absagegrund gibt. Also die Position wurde abgesagt. Der Kunde hat diese Anfrage nicht weiterverfolgt und sie wurde deshalb beendet. In diesem Fall von uns. Aber an dieser Stelle erkennen Sie jetzt natürlich auch, warum es besser ist, so eine Anfrage nicht zu löschen. Weil wir wissen jetzt in dem S4HANA System, dass der Kunde The Bike Zone in diesem Fall eine Anfrage über ein bestimmtes Produkt in einer bestimmten Menge zu einem bestimmten Zeitraum hatte. Da der das Angebot nicht angenommen hatte, haben wir jetzt hier die Position abgesagt. Damit ist im S4HANA System dokumentiert, dass es diese Anfrage gab, aber dass die jetzt eben nicht mehr weiterverfolgt wird. Um zu zeigen, wie man mit einem Storno umgeht, wenn ein Beleg schon Buchen im Finanzwesen ausgelöst hat, habe ich hier jetzt einen Kundenauftrag angelegt für wieder meinen Kunden The Bike Zone. Und wenn wir uns zu diesem Kundenauftrag den Belegfluss anschauen, dann sehen wir, der ist schon wirklich zu Ende bearbeitet. Hier gibt es eine Auslieferung, dazu den Warenausgang wurde gebucht, es wurde faktoriert und es wurde auch ein Zahlungseingang gebucht, der jetzt das Debitorenkonto ausgeglichen hat. Damit ist der Vorgang beendet. So, jetzt können wir uns natürlich die Situation vorstellen, dass irgendwie ein Fehler unterlaufen ist. In Wirklichkeit hat die Auslieferung vielleicht ein Fahrrad mehr enthalten oder es wurde ein Rabatt vielleicht nicht verbucht. Was können wir jetzt tun? Wir haben jetzt eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, in die Auslieferung zu gehen oder in den Terminauftragung die einfach zu ändern. Wir müssen jetzt diesen Prozess sozusagen rückwärts durchführen und Stück für Stück die einzelnen Schritte stornieren. Wir müssen als erstes damit anfangen, dass wir die Zahlung lösen, also dass diese Rechnung nicht mehr ausgeglichen ist. Wir müssen dann die Fraktura stornieren, eine Stornobuchung durchführen. Die muss sicherstellen, dass die Konten wieder in dem Zustand sind wie zuvor. Wir können nicht einfach löschen, wir müssen quasi eine Buchung durchführen, die die Konten wieder zurückstellt. Dann müssen wir den Warenausgang stornieren und dann könnte man zum Beispiel den Terminauftrag oder die Auslieferung ändern. Und das machen wir jetzt mal Schritt für Schritt. Wir merken uns im ersten Schritt, wie sieht der Belegfluss für diesen Verkauf Beleg 13 jetzt aus. Es gibt hier eben eine Zahlung zu einer Faktura. Damit wir diesen Beleg stornieren können, damit wir die Zahlung lösen können, müssen wir uns die Nummer des Buchungsbelegs merken. Das ist 14, viele Nullen und die 7. Mit dieser Information gehen wir jetzt zurück auf Fiori Launchpad in den Bereich Financial Accounting und nehmen uns da die App Ausgleich zurück. Wir können uns jetzt hier die Belege suchen, stellen das mal auf den Buchungskreis ein. Das ist US 00. Das Buchungsdatum war heute. Also wir suchen nur im Zeitraum von heute bis heute. Und wenn wir jetzt suchen, finden wir hier den in Frage kommenden Beleg. Den wählen wir jetzt aus und stornieren diese Buchung. Durch einen Klick auf den Button zurücksetzen und stornieren. Ja, jetzt müssen wir noch angeben zu wann. Das passiert in der laufenden Periode. Und mit einem OK wird der Buchungsbeleg storniert. Die Zahlung wurde damit gelöst. Was jetzt passiert ist, schauen wir uns beim Kundenauftrag an. Gucken wir uns dazu den Belegfluss an. Ja, und wir sehen, es gibt jetzt hier keinen Beleg mehr, der die Debitorenzahlung darstellt. Der Buchhaltungsbeleg zur Rechnung ist nicht mehr ausgeglichen. Aber dieser Beleg, der vorher hier war, der ist jetzt nicht einfach verschwunden. Das kann ich Ihnen zeigen. Dazu gehen wir wieder ins Finanzwesen und schauen uns die App Buchungsbelege verwalten an. Hier können wir alle Buchungsbelege anzeigen. Und wir suchen Buchungskreis US. Das Buchungsbelegdatum ist der siebte. Und wenn wir jetzt hier genau gucken, dann sehen wir, dass hier unsere Debitorenzahlung ist, die jetzt im Belegfluss zu dem Kundenauftrag verschwunden ist. Wenn wir uns diesen Beleg jetzt anschauen, dann bekommen wir diese Info, dass dieser Beleg storniert wurde. Und zwar von dem Buchungsbeleg 16, viele Nullen und 3. Den können wir auch anklicken und wir sehen jetzt, dass das genau dieser Stornobeleg in einer laufenden Periode ist, den ich gerade gebucht habe. Wir können den Zusammenhang auch sehen, wenn wir hier auf die zugehörigen Belege gehen. Dann sehen wir hier eben, dass es den Buchhaltungsbeleg gibt und den zugehörigen Stornobeleg. Und wie immer können wir uns den Belegfluss dazu anzeigen. Und wir sehen, es gibt jetzt eben wieder unseren Buchhaltungsbeleg und den zugehörigen Stornobeleg. Und wenn wir uns das Ganze jetzt in der T-Kontensicht anschauen, dann werden Sie sehen, dass die Storno-Buchung genau das rückgängig gemacht hat, was die ursprüngliche Buchung auf den Kunden gebucht hat. Das ist die Buchung des Buchhaltungsbelegs und die entsprechenden Gegenbuchungen des Stornobelegs. Schauen wir uns wieder den Belegfluss zu unserem Kundenauftrag an. Wir haben jetzt die Zahlung gelöst und jetzt können wir weiter den Prozess sozusagen rückwärts durchführen, und weitere Belege stornieren. Das nächste wäre eben die Storno der Faktura. Um das zu tun, gehen wir auf die App Fakturen verwalten. Und hier sieht man direkt, dass es eine Funktion gibt, zu einer Faktura diese zu stornieren. Das machen wir jetzt auch. Und die ausgewählte Faktura wird storniert. Und wenn wir zurück navigieren zu unserem Kundenauftrag, sehen wir eben, dass sich jetzt etwas geändert hat. Im operativen Belegfluss sehen wir, zu der Rechnung gibt es einen Stornobeleg. Und im Hauptbuchbelegfluss sehen wir, dass es zu dem Buchhaltungsbeleg auch einen entsprechenden Stornobeleg gibt. Und auch hierzu können wir uns jetzt wieder die T-Kontensicht anschauen. Und wir benutzen wieder unsere Farben. Das war der ursprüngliche Beleg zur Faktura. Und das ist jetzt der zugehörige Stornobeleg. Und wir sehen, der macht genau diese Faktura wieder rückgängig. So, das Letzte, was wir jetzt noch tun müssen, um den Prozess vollständig zurückzurollen, ist den Warenausgang und die Auslieferung stornieren. Das Stornieren des Warenausgangs erfolgt über die Auslieferung. Um dahin zu navigieren, können wir jetzt zwei Wege wählen. Entweder über Auslieferung verwalten oder wir gehen hier zur Auslieferung. Und von dort dann zu der App zum Verwalten der Auslieferung. Und jetzt müssen wir selektieren, um welche Auslieferung es geht. Die entsprechenden Werte sind schon vorbereitet. Wir müssen nur in der Suche jetzt noch alle Status wieder einblenden. Wir sehen jetzt alles, was ich heute schon gebucht habe. In unserem Beispiel geht es jetzt aber um die Letzte der Auslieferungen hier. Und wir können nun den Warenausgang stornieren. Wir müssen noch ein Warenausgangsstornodatum eingeben. Und nun wird der Warenausgang storniert. Navigieren wir wieder zurück zu unseren Kundenaufträgen und schauen uns zu dem Beispiel den Belegfluss an. Dann sehen wir jetzt, dass natürlich wieder etwas passiert ist. Betrachten wir als erstes den operativen Belegfluss. Es gibt jetzt hier einen weiteren Materialbeleg. Das ist das Storno zu diesem vorherigen Materialbeleg. Das Ganze erkennen wir auch, wenn wir hier die Nachbarn markieren. Und natürlich sehen wir jetzt auch wieder die Beziehung zu den Buchungen im Finanzwesen. Zu der ursprünglichen Buchung des Warenausgangs gibt es jetzt ein entsprechendes Storno des Warenausgangs. Und auch das zeigen wir uns jetzt zum Abschluss nochmal in der T-Kontensicht an. Jetzt sehen wir den Stand auf den Konten, nachdem wir die Faktura und den Warenausgang storniert haben. Das hier ist der Faktura-Beleg mit dem zugehörigen Storno. Und das hier ist der Materialbeleg auch mit seinem zugehörigen Storno. Und somit sind jetzt durch unsere Stornierungen die Konten wieder in ihren ursprünglichen Zustand zurückgestellt. Nachdem wir das getan haben, könnten wir jetzt unseren Fehler in dem Kundenauftrag beheben und dann den Prozess zu Ende durchführen. Ich mache das jetzt beispielhaft, diese Korrektur, indem ich einfach zu unserem Kundenauftrag nochmal einen neuen Warenausgang buche. Das machen wir über diese App. Buchen einen neuen Warenausgang und schauen uns jetzt natürlich den resultierenden Belegfluss an. Und wie wir sehen, wird es immer komplexer. Jetzt haben wir ja eben unseren ursprünglichen Warenausgang, das zugehörige Storno und jetzt den neuen Warenausgang dazu. So viel zum Storno von Belegen. Als nächstes schauen wir uns jetzt an, wie der vereinfachte Retourenprozess in S4HANA funktioniert. Das Stornieren von Belegen, das wir gerade gesehen haben, ist sicher kein so häufiger Prozess. Ein häufiger Prozess im Vertrieb ist aber definitiv die Retoure. Kunden schicken aus unterschiedlichen Gründen Bestellungen wieder zu uns zurück und wir müssen diese Retoure im SAP S4HANA-System verarbeiten. Aus dem Grund habe ich hier einen Beleg angelegt, der ist im gleichen Status wie Ihr Beleg, nachdem Sie die Fallstudie Vertrieb durchgespielt haben. Also wir sehen, es gibt einen Terminauftrag, der aus irgendwelchen vorherigen Belegen erzeugt ist. Es wurde geliefert, es gibt eine Rechnung dazu und die entsprechenden Buchhaltungsbelege sehen wir hier auch. Was wir jetzt tun wollen, ist, dass wir einen Teil dieser Lieferung zum Kunden retournieren wollen, also einen Retourenprozess durchführen. Um das zu tun, suchen wir nach einer App, die Retouren im Namen hat. Es gibt hier eine Reihe von Apps. Die, die wir benötigen, ist Kunden retournieren verwalten. Der erste Schritt im Retourprozess ist, dass wir jetzt einen Retourenbeleg anlegen. Dazu klicken wir hier auf Anlegen und suchen uns den zugehörigen Referenzbeleg. Das war in unserem Fall die 11. Ich suche jetzt mal alle Belege, die wir hier finden. Wir sehen, wir finden hier Kundenaufträge, aber auch Rechnungen. Der Beleg, um den es bei uns geht, ist hier der Beleg mit der 11, der Terminauftrag, den wir uns gerade angeschaut haben. Und zu diesem Terminauftrag soll nun eine Retoure angelegt werden. Für diese Retouren müssen wir jetzt festlegen, was retourniert wird. In unserem Beispiel werden jetzt die beiden Profi-Touring-Bikes in schwarz retourniert. Und wir müssen noch einen Retourengrund angeben. Was ist der Retourengrund? Ja, diese Bikes waren jetzt defekt und sollen deshalb zurückgegeben werden. Wenn wir das gemacht haben, können wir den Retourenbeleg anlegen. Im Einstiegsbild zur App Kundenretouren verwalten, sehen wir jetzt auch diesen neuen Retourenbeleg. Bevor wir uns jetzt den Retourenprozess im System anschauen, habe ich Ihnen aber noch einmal eine Grafik erzeugt, die eben zeigt, wie der Retourenprozess Belege in welchen Komponenten des SAP S4HANA erzeugt. Das ist eben keine Prozessdarstellung in BPMN, sondern ich habe Ihnen hier die Grafik zum Kundenauftragsprozess erweitert um den Retourenprozess. Und Sie werden sehen, dass der Retourenprozess sehr analog zu dem Kundenauftragsprozess läuft. Der Retourenprozess startet, indem wir eine Kundenretouren anlegen. Zu dieser Kundenretouren wird dann eine Anlieferung angelegt. Das erfolgt tatsächlich in der App Auslieferungen verwalten, weil es sich hier um eine Kundenretouren, also um einen Vertriebsbeleg handelt. Das ist ein bisschen verwirrend erstmal, das hat technische Hintergründe, muss man sich einfach merken. Dann wird der Wareneingang gebucht. Der Wareneingang erzeugt natürlich wieder einen Beleg in der Materialwirtschaft, den Materialbeleg und einen entsprechenden Beleg im Finanzwesen. Es kommt dann noch ein Schritt der Umbuchung. Material, das aus einer Retoure kommt, ist nicht gleich frei verfügbar, sondern es landet in einem Sperrbestand, in dem Retourensperrbestand. Und wir müssen es zuerst in den frei verfügbaren Bestand buchen, zum Beispiel nachdem eine Qualitätskontrolle durchgeführt wurde oder vielleicht das Material repariert wurde. Nachdem das erfolgt ist, bereiten wir die Gutschrift für den Kunden vor. Soll der gesamte Betrag oder nur ein Teilbetrag gutgeschrieben werden? Dann faktorieren wir den Beleg. Das führt dazu, dass eben eine Debitorengutschrift wieder im Vertrieb und auch im Finanzwesen angelegt wird. Und zu guter Letzt wird dann der Zahlungsausgang gebucht. Sie sehen, das ist sehr analog zum Kundenauftragsprozess. Der Kundenretourbeleg korrespondiert quasi zum Kundenauftrag, die Anlieferung zur Auslieferung. Im Kundenauftragsprozess haben wir einen Warenausgang, im Retourenprozess einen Wareneingang. Die Umbuchung hat keine Korrespondenz im Kundenauftragsprozess, genauso wenig wie die Gutschriftsanforderung. Aber dann im Bereich der Faktorierung gibt es eben die Debitorenrechnung, die korrespondiert mit der Gutschrift und der Zahlungsausgang mit dem Zahlungseingang. Und daran sieht man, dass so ein Retourenprozess in SV Hane eigentlich auch nur ein Vertriebsprozess ist, mit einer bestimmten technisch gesprochen Belegart, die den Prozess eben etwas anders steuert. So, als nächstes schauen wir uns jetzt diesen Retourenprozess im System an. Der nächste Schritt ist, dass wir jetzt eine Auslieferung zu unserer Retoure anlegen. Eine Retoure ist im technischen Sinn nur eine spezielle Form von einem Kundenauftrag. Das ist auch ein Verkaufsbeleg, der eine andere Belegart hat. Deshalb läuft das über die App Auslieferung anlegen, obwohl wir schlussendlich ja einen Wareneingang buchen. Machen wir das also. Wir wollen eine Auslieferung anlegen. Und der einzige Beleg, der relevant ist, zu dem wir jetzt eine Auslieferung anlegen können, ist genau unser Retourenbeleg. Der ist hier schon gewählt. Legen wir die Lieferung an und diese wurde eben angelegt. Das Ganze können wir uns jetzt ansehen, indem wir zurückgehen und auf die App Auslieferung verwalten gehen. Um unsere Anlieferung zur Retoure jetzt zu finden, müssen wir hier allerdings die Filterparameter anpassen. Ich setze den Filter mal auf alle offenen Lieferungen und außerdem soll das geplante Wareneingangsdatum heute sein. Hören Sie sehen, wir finden jetzt hier einen Beleg, der ist in einem anderen Nummernbereich. Das ist nämlich eine Anlieferung jetzt und die ist noch nicht bearbeitet. Wenn wir uns jetzt diese Details anschauen dazu, sehen Sie hier, dass es eine Retourenanlieferung ist. Obwohl wir in der App zum Auslieferungen verwalten waren, haben wir da eben jetzt auch die Anlieferungen zu der Retoure. Gehen wir zurück und kommissionieren jetzt diese Anlieferung. Wir müssen jetzt quasi wieder analog das tun, was wir auch bei unserem Warenausgang gemacht haben. Wir machen jetzt die Kommissionierung und sagen, wie groß ist die Menge, die zurückkam. Das waren in unserem Fall zwei. Wir müssen den Lagerort angeben. Das ist bei uns Finished Goods. Dann können wir das übernehmen und sichern. Und nun können wir den Wareneingang buchen. Durch das Buchen des Wareneingangs wissen wir jetzt, passiert schon was. Und das gucken wir uns im Belegfluss zu unserem Kundenauftrag an. Gehen wir da ganz nach oben zu den Kundenaufträgen. Der Kundenauftrag, den wir hier haben, das ist die 11. Schauen uns den Belegfluss an. Wir sehen schon, das ist jetzt ein bisschen komplexer. Wir haben nämlich jetzt hier den Retourenbeleg, die Anlieferung, die wir dazu angelegt haben und den zugehörigen Wareneingang. Und zu diesem Wareneingang gehört jetzt auch ein Buchhaltungsbeleg, der den Wareneingang eben im Finanzwesen nachvollzieht. So, und um zu sehen, dass das Material tatsächlich jetzt nicht im Freiverfügbaren, sondern im Sperrbestand ist, schauen wir uns jetzt auch noch den Bestand des Einzelmaterials an. Das Material, um das sich hierbei handelt, ist das Profi Touring Bike 1000. Und wir sind im Werk in Miami und in der Tat erkennen wir hier, dass es im Werk einen gesperrten Bestand von zwei Fahrrädern gibt. Und das ist genau der gesperrte Bestand, der aus unserer Retoure kommt. Das Ganze können wir uns auch in der Grafik angucken. Ja, das sieht man jetzt etwas schlecht, aber hier sind die zwei gesperrter Bestand im Kalendermonat Oktober. Gehen wir nochmal zurück auf unseren Auftrag. Warum sind jetzt die Materialien im gesperrten Bestand nötig im Freiverfügbaren gelandet? Das hängt eben mit der Buchung des Wareneingangs zusammen. Dort gibt es eine Bewegungsart. Was das genau ist, werden wir in einem späteren Video nochmal erlernen. Aber hier sehen Sie, dass die Bewegungsart ist, dass eben eine Retoure in den gesperrten Bestand gebucht wurde. Damit sind wir jetzt in unserem Retourenprozess an der Stelle, dass der Wareneingang gebucht wurde. Was wir jetzt tun müssen, ist das Material vom gesperrten Bestand in den freiverfügbaren Bestand umbuchen. Auch das geht am besten über den Warenbestand zum Einzelmaterial. Schauen wir uns das Material an. Wir wählen hier das Werk aus und führen den Prozess umbuchen werksintern um. Und wir wollen den gesperrten Bestand eben in den freiverfügbaren Bestand buchen. Alle zwei Teile, die es davon gibt. Und wenn wir das tun, dann wird ein Materialbeleg erzeugt und das Material ist umgebucht. Sie sehen, der freiverfügbare Bestand ist jetzt 76. Gehen wir nochmal zurück auf das Miro-Board. Wir befinden uns jetzt in unserem Prozess, also an dieser Stelle. Was müssen wir als nächstes tun? Wir müssen die Gutschriftanforderung erstellen, dass dem Kunden auch die Gutschrift schlussendlich erstellt und das Geld wieder ausgezahlt wird. Das machen wir über die App zum Verwalten der Kundenretouren. Wir ermitteln die Rückerstattung. In unserem Fall soll der Kunden eine hundertprozentige Rückerstattung erhalten. Und wir geben die ausgewählten Positionen frei. Damit ist die Erstellung der Rückerstattung abgeschlossen. Und wir sehen das entsprechend auch in Details zur Kundenretouren. Wenn wir uns nämlich jetzt den Prozessablauf anschauen, dann sehen wir, dass es hier jetzt eine Gutschriftsanforderung gibt. Die Gutschriftsanforderung können wir uns auch im Detail nochmal ansehen. Das ist jetzt die Gutschriftsanforderung, die wir gerade eben angelegt haben. Um die Gutschrift jetzt wirklich auch zu erstellen, müssen wir den Auftrag faktorieren. Und das machen wir mit der App Faktoren anlegen. Wir sehen jetzt hier unseren Fakturavorrat, wählen die Gutschriftsanforderung aus und legen die entsprechende Faktura an. Das Ganze wird gesichert. Und die Faktura ist entsprechend erstellt. Das Ganze können wir uns jetzt auch hier wieder im Prozessablauf anschauen. Oder eben auch im Belegfluss. Und jetzt sehen wir den Prozess in seiner ganzen Schönheit und Komplexität. Wir haben jetzt hier zu dem Terminauftrag. Ich highlighte das mal. Einen Retourenauftrag. Dazu gibt es die Anlieferung und so weiter. Außerdem gibt es die Gutschriftsanforderung. Auch die highlighte ich mal. Zu dieser Gutschriftsanforderung gibt es jetzt eben eine Gutschrift. Die ist durch die Fakturierung erstellt worden. Und wenn wir die markieren, was wir jetzt hier sehen, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, ist, dass die Gutschrift bisher nur im operativen Belegfluss zu sehen ist. Aber es gibt noch keinen Beleg, der in Beziehung steht, hier im Finanzwesen. Wo kommt das her? Das können wir uns anschauen, wenn wir uns diese Gutschrift ansehen. Wir sehen hier, dass die Gutschrift den Status hat zu verbuchen. Das heißt, die ist noch nicht für das Rechnungswesen freigegeben. Aus diesem Grund haben wir eben auch noch keinen Beleg im Finanzwesen gesehen. Um diese Faktura jetzt freizugehen, gehen wir in die App Fakturen verwalten und klicken hier auf den Knopf Buchen. Damit wird die jetzt auch für das Rechnungswesen freigegeben. Wenn wir jetzt wieder zurückgehen zu unseren Kundenretouren und uns diese dann anschauen, dann sehen wir, dass es jetzt auch den entsprechenden Buchhaltungsbeleg gibt. Und das Ganze können wir uns jetzt auch im Belegfluss anzeigen. Und jetzt sehen wir das, was wir auch erwartet haben, dass es zu der Gutschrift nämlich in Buchhaltungsbeleg gibt. Und jetzt sieht das eben genauso aus, wie ich es Ihnen im Eftemiro-Board gezeigt habe. Jetzt haben wir zu der Faktura, zu der Debiturin-Gutschrift eben auch den entsprechenden Buchhaltungsbeleg. Sie wissen, wir können uns das Ganze jetzt auch in der T-Kontensicht anschauen. Und das wird jetzt so langsam richtig spannend. Wir haben jetzt einen Kundenauftragsprozess mit einer zugehörigen Retoure. Ja, und man sieht schon, das ist jetzt nicht mehr ganz so einfach zu überblicken. Der letzte Schritt, der jetzt noch fehlt, um den Prozess der Kundenretoure zu beenden, ist das Buchen des Zahlungsausgangs für den Kunden. Das machen wir jetzt, indem wir ins Finanzwesen navigieren und hier eine Ausgangszahlung buchen. Bisher haben wir immer eine Eingangszahlung gebucht. Jetzt buchen wir eine Ausgangszahlung. Es geht hier um ein Debitur. Das Buchungsdatum ist der heulige Tag. Das ist eine Debiturin-Gutschrift. Das wurde schon entsprechend vorbelegt. Wir buchen das von unserem Bankkonto. Wir müssen natürlich den korrekten Debitur noch auswählen. Das ist der Debitur mit dem Suchbegriff 000. Und der Bike Zone heißt der. Dieser hier. Wir sehen, was es hier an offenen Posten gibt. Es geht hier um diese Gutschrift. Diese 6080 US-Dollar. Die können wir jetzt hier eben auch entsprechend eingeben. Die Posten auswählen und das Ganze dann buchen. Wir sehen, die Buchung ist erfolgreich. Das ist der zugehörige Buchungsbeleg. Und wie immer in so einem Fall navigieren wir jetzt wieder zurück zu unserem Kundenauftrag. Das war der Kundenauftrag mit der Nummer 11. Zudem zeigen wir uns jetzt den Belegfluss an. Und jetzt sehen wir so einen Kundenauftrag, nachdem ein Kundenauftragsprozess durchgeführt wurde. Und eine Retoure, einen Teil der Positionen. Sie sehen hier auf der obersten Ebene jetzt die ganzen unterschiedlichen Belege, die gebucht wurden. Bis hin zu dieser Gutschrift. Und im unteren Bereich, im Bereich der Finanzwesenbelege, sehen wir jetzt schlussendlich, dass zu unserer Gutschrift auch die entsprechende Ausgangszahlung, die Debitorengutschrift, gebucht wurde. Zu guter Letzt zeigen wir uns das Ganze jetzt noch in den T-Kontensichten an. Und hier sehen wir jetzt die ganzen Buchungen durch die sechs Buchungsbelege, die in unserem Prozess erzeugt wurden, entstanden sind. Du warst mal drei Tage wach, verdächtig. Auf deinen Partys läuft nur Krach, verdächtig. Du bist nicht auf Facebook, verdächtig. Arbeitest nicht auf Hochdruck, verdächtig. Du hast mit vier Leuten Sex, verdächtig. Und schickst das Video deinem Ex, verdächtig. Ihr seid alle nicht normal, verdächtig. Ihr seid alle radikal. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Richtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Hetzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Startsrujana ein. Fäck die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle Richter sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Richtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Hetzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Startsrujana ein. Fäck die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Du hast ein Geheimnis, verdächtig. Du schminkst dich manchmal heimlich, verdächtig. Du bist depressiv, verdächtig. Deine Zweifel sitzen tief, verdächtig. Du pinkelst immer nur im Stehen, verdächtig. Du lässt dich vor Netflix gehen, verdächtig. Alle deine Freunde kiffer, verdächtig. Mit den Krediten wird das nichts mehr. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Richtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Hetzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Startsrujana ein. Fäck die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle Richter sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Richtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Hetzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Startsrujana ein. Fäck die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Du bist ineffizient, verdächtig. Spielst in einer schlechten Band, verdächtig. Deine Freunde nutzen Tor, verdächtig. Die haben sicher Böses vor, verdächtig. 20 Sticker auf dem Laptop, verdächtig. Du bist Teil von diesem Netz-Mob, verdächtig. Dieser Port-Scan hier, verdächtig. Das war doch sicher wieder ihr. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Richtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Hetzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Startsrujana ein. Fäck die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Richtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Hetzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Startsrujana ein. Fäck die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Fahr den Imsi-Catcher hoch, mach das Richtmikro an. Bring Alexa auf den Markt, zapf den Hetzknoten an. Fahr den Ü-Wagen vor, kauf den Startsrujana ein. Fäck die Exit-Maus bei Tor, ihr wollt doch alle sicher sein. Verdächtig.